So, also, moin Leute und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Heute spielen wir mal eine etwas andere Minecraft-Folge, sondern wir haben diesmal eine Challenge. Unsere Challenge besteht daraus, dass wir halt Minecraft durchspielen wollen, und zwar als Speed One mit Moritz. Moin. Wir wollen Minecraft so schnell wie möglich durchspielen und ab dem Start, wo ich sage Start, mache ich neben mir so einen Timer auf mein Handy. Und ich werde ab und zu mal die Zeit einblenden, wo wir so sind, dass ihr Bescheid wisst. Nee. Genau. So. Stoppuhr. Bist du bereit, Moritz? Nee. Gut. Dann würde ich sagen, jetzt geht es. Wirklich? Ja, kommt mal. So, auf die letzte Fertig und los. Los geht's. Warum brennst du hinten? So, erstmal ein paar Waffen machen. Genau. Holz, Alter. Was? Ich krieg kein Holz. Ja, ich hab's doch alles bekommen. So, hier hast du schon mal was. Oh, E-Autospringen. Ich krieg kein Holz. Was ist da los? Äh, mal kurz so. Los, manch wird wieder aufgesammelt. Warte, ich geb dir gleich noch eine Spitzhacke. So, das und das, bitteschön. So, ja, jetzt brauchen wir eine Taktik. Äh. Ja. Alle bringen alle Schafe um Taktik. Nein, ich mach mir ein Boot. Ich fahr übers Meer und loote die Schiffe, die da sind, okay? Ich weiß, ob da welche sind. Das sind im Meer immer Schiffe, die du looten kannst. Da ist immer Eisen, Emeralds und sowas. Wir brauchen ja die Smaragde, um, äh, wir brauchen ja die Smaragde, um, äh, 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 dann, warum ist hier, dann, wir brauchen die Smaragde erstens, um, äh, mit Villagern zu traden, gell? Oder halt zu handeln. Und dann, um feile Bogen noch zu holen, dann müssen wir noch im Netter. Ich hab hier schon gleich ein Schiff gefunden. Perfekt. So, was, was wird jetzt deine Aufgabe sein? Was willst du machen? Willst du ein Dorf suchen? Ich. Oder ich hol Zuckerrohr und sowas. Was willst du mit Zuckerrohr? Zaubertisch. Was willst du mit dem Zaubertisch? Unsere Sachen später verzaubern. Wozu brauchen wir das denn? Wir machen Speedwarn. Ja gut, dann halt nicht, Alter. Gut, dafür hol ich noch mal kurz Holz und nachgehe ich in die Höhe. Ja. So, hab schon ein paar Sachen. Rüstung hab ich schon. So, dann suchst du dein Dorf, okay? Ah, jetzt leck ich. Das haben wir leckt. Ja, ich seh, ich merk's. Also suchst du dein Dorf, okay? Ich werd kein Dorf suchen, das glaub ich. Deswegen musst du es ja suchen. Es ist ein Speedrun, warum soll ich ein Dorf suchen? Und wir brauchen doch Enderperlen. Ja, kriegen wir doch im End. Wie willst du erstmal zum End kommen? Oh, danke. Oh, Alter. Und wieso brauche ich Enderperlen? Weil die Villager dir Enderperlen geben. Deswegen brauchen wir aus dem Maragd, um dann mit denen zu handeln, um Enderperlen zu kriegen. Und dann mit den Lohnrouten, die wir dann aus dem Nether holen, machen wir dann Augen. Und mit den Augen können wir dann das End finden. Okay. So, und dann können wir auch nämlich, ja. Und die Pfeile, ein paar, wir brauchen ja viele Pfeile, die holen wir dann aus dem, die holen wir dann von denen, auch von den Villagern. Okay. Genau. Ich weiß Bescheid, ich hab mir viele Folgen angeschaut. Ich? Ich find hier keine Kiste mehr, ich such mal. Ich such mal ein Dorf. Hab keins gefunden. Alter. Ah, lol. Ich hab Eisläufer auf meinen Schuhen. Cool. Jetzt kann ich übers Meer laufen. Ja, lol, ey. So. Du bist nicht Reza. Ja, lol, ey. Ich werde in der Schule über dich die ganze Zeit als Reza angesprochen. Ja, lol. Was machst du immer noch? Da ist ja gedacht, du bist schon lange auf großen Reisen gegangen. Hör auf, Kuhl zu töten. Du brauchst noch Lederlagerrüstung. Hallo, für Diamanten sammeln. Speedrun. Du hast da was falsch verstanden. Ja. Hebe mich. Hebe mich. Da hast du halt Pech gehabt. Hier macht man nochmal ein Boot. Ich bin, warte, ich weiß es, ich weiß es. Ich bin nur dumm. Da nicht. So. So, jetzt geht's los. Mach kein Boot. Du brauchst kein Boot. Ich brauch ein Boot. So, ich fahr jetzt weg. Ich brauch nur noch, ne, ich brauch ja kein Essen. So, los geht's. Wir sind schon bei fünf. Ich bin schon, wir sind jetzt schon bei fünf Minuten und du gehörst einfach nur Tür, äh, Kühe. Tür. Ja, Tür. So. Gut, dann geh ich halt in die Höhle und sammle Eisen. Ja, sammle Eisen. Nein, ich hol doch Eisen aus den Schiffen. Halt die Schnauze. Ich geb mir meine eigenen Aufgaben. Gut. Ich frag mich, ob wir das, ich, ich setz mal mein Ziel unter zwei Stunden. Ich frag mich, ob wir das schaffen. Wer bist du? Was? Zwei Stunden, das schaff ich nicht. Wir sind halt nicht zwei Stunden, ich sag mal mindestens drei Stunden. Sonst, um an einem PC zu sitzen, schaff ich nicht. Ich hab ADHS. Ja, ja, weiß ich. Ich hab ich eigentlich nicht, aber ja. Ich seh einfach durch dieses, durch dieses Scheißmeer nix. Ich find nix. Ich find keine Mama, ich find nichts. Ich hab ne Schlucht gefunden. Ich. Hä? Ich hab' lekt. Ich hab' lekt. Ah, ich pack wieder in diesen Scheißboot fest. Oh Mann. Tschüss, Rob. Ich seh einfach gar nix. Mann, ist das scheiße. Ich hätte jetzt grad fast ausgemacht. Und wie viel Eisen hast du schon? Keins. Spaß, doch. Ich hab, äh, elf. Lass mich ein paar Fackeln bauen, ich muss hier was sehen. Boah, Alter. Ja, Alter. Wie schrägt das auf? Du regst mich auch. Ich hab Gold gefunden. Super. Das ist das. Ich bin hier. bestimmt bin ich finde ich bald ein reif jetzt wird es auch noch nacht im bett hast du nicht zufällig irgendwo oder ich habe sechs wohnen kann sie mal ein bett machen und schlafen gehen wird jeder was schlafen diese menschen oder das kann ich das kann ich da ich da 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 die hölle schön ich gehe raus ich gehe raus es ist ein scheiß mehr alter gute frage ist nur für ein scheiß mensch alter du hast schon wieder beim ficken also mich jetzt ein creeper explodiert oder hier explodiert nicht sterbe hier ist ein creeper der will mich umbringen darf ich sterbe ist eine mini schlucht darf ich rein springen war dieser spaß wird er bei ralf ich 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 dropped das ist ein creeper leider noch nicht Junge geh raus ich kann im Bett Junge ich kann okay du hast gesagt geh raus ich kann einfach im Boot sneaken wie geht das denn ich will nicht mehr jetzt spielen jetzt bin ich tot ich bin tot echt so ein ertrunkener mit dreizeck bringt mich gerade um zwei herzen bist du tot ist ein rotz hier ist ein Schiff bist du tot nein schade alter drei herzen alter drei verfickte herzen oh Mann ich habe gerade ein Schiff gefunden ja Leute wer stirbt heißt reset das heißt ich will nicht tschüss wir spielen guck mal jetzt habe ich gerade Eisen gefunden ich schaffe keine zwei drei Stunden ich verreck wieder die Kopfschmerzen jetzt schon wie lange ist die Aufnahme so wir sind jetzt ich muss auf stop drücken bei 16 Minuten 22 oh das kann ich nicht oh Mann mein Kopf tut jetzt schon weh ich mache jetzt den Lugmo ich gehe jetzt Borderlands spielen oh mein Gott ich habe mit einem halben Herz überlebt mit einem halben Herz habe ich überlebt Scheiß will nicht mehr soll ich es jetzt noch durchspielen ne allein macht es ist ja dumm allein macht es keinen Spaß dann müssen wir Tino holen los Tino spiel mich ich spiel zu Ende mein ich habe aber gerade ein Schiff gefunden da bist du gestorben alter schneide es raus ja ich schneide es rein genau Moritz hat gerade eben ein Halbenkreuz direkt vor mir gebaut ich musste es rausschneiden was ah Leute wir suchen jetzt noch einen Schatz und dann würde ich sagen würde ich die Aufnahme auch beenden das war nur wie gesagt das war ja nur so ein kleiner mal ausprobieren auf jeden Fall weiß dass ich es nie wieder machen werde oha wegen mir oder was ja wir spielen wieder TTT ich habe gedacht es wird was ohne Witz ich kriege bei sowas Kopfschmerzen mein Kopf implodiert super ich habe Schmerztablettenhilfe noch lass mich in Ruhe der Schatz ist hier irgendwo aber hier guck mal ich komme sogar ich habe gerade Eisen gefunden habe ich auch was ist ein Scheiß ganz viel wo bist du eigentlich runtergefallen wo was wohin beim Spawn beim Spawn bist du ich habe mich ein bisschen hoch gebaut und bin runtergefallen aus Versehen das hast du auch noch mit Absicht gemacht auch Moritz alter ja Moritz das ist richtig scheiße von dir ich wo ist denn der Scherz Leute hier da ist er ja aber mich alter wieder dreizeit 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 wo ist er da alter oh guck mal jetzt habe ich die aus noch mehr Eisen na toll man ja Leute ich würde sagen lass gerne ein Like da für mich als traurige Person hier ist das jetzt echt scheiße deswegen lass gerne ein Like für mich da das ist ein bisschen was dass es mir wieder besser geht ja ich hoffe es hat euch wenigstens gefallen die die 5 Minuten Spielzeit und ich würde sagen tschüss und bis zum nächsten Mal und schreibt mir bitte gerne in die Kommentare ob ihr denkt dass ich mehr solche Sachen mal hochladen soll oder nicht ja gut tschau und bis zum nächsten Mal